Ich kann mir wieder Crystal kaufen Dann beginnt das Leben von einem Augenblick Nur für immer Ich kann mir wieder Crystal kaufen Die Droge innerlich zu schneiden 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 Das interessiert dich nicht und das macht dieser Teil Wenn der Flash vorbei ist, ist es dir alles Alles Stehst neben dir und siehst du einen furchtbar schlechten Film Alles Stehst neben dir Stehst neben dir und siehst du ihm zum Beispiel jemand ein kleines Mädchen Stehst neben dir und siehst du ihm zum Beispiel jemand ein kleines Mädchen ein kleines Mädchen Alles in Drogen Stehst neben dir und siehst du ihm zum Beispiel jemand ein kleines Mädchen Alles in Drogen Alles in Drogen und siehst du ihm zum Beispiel jemand ein kleines Mädchen Ohne Drogen fühl ich mich total beschissen Wobei das von Droge zu Droge variiert Und wenn's total bescheid klingen mag Aber wenn du auf Heroin bist, hast du ähnliche Symptome wie auf Crystal Entzug Crystal Entzug Bei Crystal werde ich wunderbar letatisch Crystal Entzug Wenn ich auf Entzug bin oder wenn ich runterkomme Dann werde ich extrem müde Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht was er will Weil auch mein Gleichgewichtsinn nicht mehr mitmacht Und wenn's total bescheid klingen mag Aber wenn du auf Heroin bist, hast du ähnliche Symptome wie auf Crystal Entzug Und auf Crystal ähneln die Auswirkungen einem Heroin Entzug 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020